Einig die Relikte und passt auf euch auf! Also, das ist jetzt natürlich nicht böse gemeint, also nicht falsch verstehen hier jetzt. So. Damit meinte ich, dass wir trotzdem ein gutes Video rausbringen können. Und auch ordentlich rasieren können. Also, das war jetzt keine Attacke ihnen gegenüber. Man muss ja manchmal aufpassen, was man so sagt. Manche Leute kriegen das ja in den falschen Heiz. Aber der Prime, wenn er das hier sieht, der wird das schon verstanden haben. So. Oh, nice. Er belebt mich wieder. Oh. Besuch. Nein, da. Bam! Wie er geflogen ist. Erfolge. Oh, bruh. Scheiße. Ja, den ersten habe ich schon geschafft gerade. Die erste Mission, die ich mir heute geholt habe. Ich habe schon ein bisschen länger wieder kein Destiny gespielt. Also jetzt schon, keine Ahnung. Wie lange jetzt? Fünf, fünf, sechs Tage oder so. Ich habe mal ein bisschen mit dem Prime gespielt, dass wir ihn mal ein bisschen leveln können. Alles klar. Man sollte auch treffen irgendwie. Aber aufgenommen hatte ich halt jetzt länger nichts mehr. Aber ich dachte mir, da das ja eigentlich immer richtig gut ankommt bei euch, haue ich da jetzt mal wieder was raus. Ich gucke mal, ob ich das auch demnächst dann wieder ein bisschen häufiger rausbringen kann. Denn, äh, ich habe gesehen, das eine Video, das hat jetzt 201 Aufrufe. Da dachte ich mir so, alter, was ist denn nun los? Dafür erstmal ein dickes Dankeschön raus an euch. Weil 200 Aufrufe, das ist für uns echt schon... Das ist unser meist gegucktes Video bis jetzt. Und darauf bin ich ehrlich gesagt auch stolz. Das war lange Zeit ein, ähm, Advanced-Vorfall-Video, was ich damals mit Maurice aufgenommen hatte. Oh, shit, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Was ich damals mit Maurice aufgenommen hatte, 135 Aufrufe hatte das, glaube ich. Und, ja, jetzt einfach mal so gut 70 Aufrufe drüber. Nicht schlecht. Aber macht das auch ordentlich Spaß, dann aufzunehmen. Wenn das so gut ankommt. Äh. Pams! Nein! Pause, ich muss einmal regenerieren. Tschüss. Äh, lol. Alles klar. Wie lucky war das jetzt bitte? Nicht! Nein! Wir messen mal nochmal! Ho! Hohohoho! Ich habe erst den Rechenstick reingedrückt wie sonst was. Und habe mich gewundert, warum messert er nicht? Aber das macht man hier ja mit R1. So. Das gefällt mir. Unser Team spielt gut zusammen. Nein! Oh! Na, scheiße! Dann hat er ihn leider nicht gekriegt. So knapp! Ich kann ihn ordentlich Damage noch zufügen mit meiner Rauch. Mit meiner Smoke. Aber, das weiß noch. Wer wollte er nicht? Nein! Äh. Fuck, alter! Was war das denn jetzt? Aber so, äh. Neuuuun! Fick dich, du Sackgesicht, Schnitzel, Pupser. Ja, so nehme ich, mein Freund. So nehme ich. Ach, jetzt kriege ich die schwere Muni hier nicht. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Der Freund setzt die Runde ein. Dann sollten wir da wohl mal hin. Ja, treffen sollte man auch ab und zu. Alles klar. Präzision des Tausends. Naja, scheiße, da war ich schon fast tot. Ich spiele gerade auch irgendwie nicht mit dem Fokus, mit dem ich spielen will. Fällt mir einfach auch mal so auf, nachdem ich schon seit vier Minuten hier aufnehme. Bei Multiplayer spiele ich am liebsten mit dem Sonnenfokus. Weil ich da halt den Revolver habe. Mit dem habe ich drei Schuss. Im besten Falle dann halt drei Kills. Man kann auch, wenn zwei auf einem Haufen stehen, kann man auch die beide killen mit einem Schuss dann. Also kann man sogar mehrere Kills machen, mehr als drei. Die Granate ist halt auch nice und, joa. Und mit dem Fokus, mit dem Revolver treffe ich halt einfach deutlich mehr, als ich mit den Schattenschuss treffe. Den Schattenschuss, den benutze ich ehrlich gesagt im PvE, also so in Strikes und sowas. Scheiße. Na, ich habe noch einen geshüttet. Alles klar. Easy. So, wir sind erst aus unserem Team. Das ist nice. Ja, wir liegen aber auch 2100 Punkte zurück. Das ist nicht so der Shit. Nein! Du scheiß Strich, ey. Du Strich in der Landschaft. So nicht. Hä? Womit? Mir wurde nichts angezeigt. Am Arsch! Cheater. Hacker. Und was man sonst noch alles sein kann. Noobtube. Aua. Ich glaube, das werden wir verlieren. Das ist ziemlich sicher. Hast gehört? Strategie und Teamwork. Näh. Aber, ich finde, ich habe gar nicht mal so schlecht gespielt dafür, dass ich jetzt länger nicht im PvP unterwegs war. Also, ähm, das letzte Video, was rauskommt, das war ja auch PvP, was ich mit dem Prime aufgenommen hatte. Und das war, glaube ich, die letzte Runde PvP, die ich da auch gespielt hatte. Also, das ist schon ein bisschen wieder her, so zwei, drei Wochen ungefähr. Und ja, zwölf Kills. Ich denke, das kann man eigentlich mal machen. Ja, ich habe genauso viele Kills wie mein Team zusammen hier. Ich habe genauso viele Einsätze wie die zusammen. Und ich habe genauso viel deaktiviert wie die zusammen. Alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Mal gucken, ob das Video genauso ankommt wie die letzten Destiny-Videos. Würde mich auf jeden Fall echt tierisch freuen. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns auch. Tschüss.